Passend saftig und genau gut gegart. Also da können Sie backen oder auch eben das Fleisch mit optimieren und wissen dann, wann schmeckt es besonders gut und wann muss es. Geht zu beständigen, ich finde das fantastisch. Sehr cool Artikel, ein guter Einstieg in diese Selle. Eine Beleuchtung, ne, schau mal. Wenn ein sogenannter Tactical Pen trichtest, hast du natürlich jetzt hier eine Möglichkeit, dich ganz einfach mal zu verteidigen. Das ist der eigentliche Hintergrund eines sogenannten Tactical Pens. Ich denke, sind jetzt gerade wo die heißen Tage beginnen. Manchmal vergessen Leute ihre Tiere im Auto. Die gehen einkaufen und die armen Tierchen, die sitzen einfach im Auto. Und da ist es tatsächlich sogar gesetzlich erlaubt, die Scheibe einschlagen zu dürfen. Oder noch schlimmer, bei kleinen Kindern, bei Babys, wo die Mütter die Fenster zulassen, wo die Temperaturen enorm steigen. Das ist wirklich grausam. Da dürfen und müssen sie agieren, sonst ist das unterlassen. Ich bin jetzt 20, habe ich gerade. Ja, auch ein bisschen Gewicht, aber nicht zu viel. Und man kann ihn durch diese Klemme wirklich dann eben... Dann machen wir den schmalen Tag dazu, ohne weiteres Zugreifen. Schöner Artikel. Ja, finde ich auch. Vor allem hochwertig gemacht, ne. Darf ich mir... Also für 5 Euro hätte ich ja schon gedacht, kannst du eine normale Zahnbürste ruhig kriegen. Aber eine elektrische Zahnbürste für 5 Euro. Ich glaube, das ist sogar eine Ultraschallzahnbürste. Wenn nicht alles... Nee, Schallzahnbürste. Eine Schallzahnbürste mit bis zu 22.000 Schwingungen pro Minute. Überlegen Sie mal, machen Sie das mal mit der Hand 22.000. Und es ist so angenehm. Sie hat eine gute Power und somit sind die Zähne sauber. Und vor allen Dingen auch das Zahnfleisch. Das dürfen Sie nicht vergessen, denn das sorgt für gesunde Zähne. Das ist tatsächlich so. Nebenbei gesagt, ist sie klein und so schön handlich. Das macht, dass wir eben vom Computer eben auch noch tatsächlich in den USB-Strom beziehungsweise Ladebereich gehen können. Aber für den Computer alleine schon. Für 5 Euro einen vierfachen USB-Hub ist ein Monsterpreis hier. Auch in diesem Weiß finde ich sehr schön. Das ist mal was anderes. Also das ist richtig klein auch, dass es mal in die Laptop-Tasche passt oder in die Handtasche. Ganz, ganz klasse. Du kennst die Wanne, es ist so. Da sind die anderen 95%. Ich finde das aber nicht nur schwarze. Und ich finde, schwarz passt immer zu allem. Das ist einfach so. Sie ist sehr hochwertig. Ich glaube auch Wasser abbeißen, das wirkt vom Material jedenfalls tatsächlich so.